Das ist die L-Mobile, ein mittelständisches Softwareunternehmen aus Baden-Württemberg. Bei L-Mobile geht es nicht nur um schwarze Zahlen, sondern auch um ethisches Handeln und moralische Werte. Fünf Grundsätze sind uns dabei besonders wichtig. Erstens, die Gleichbehandlung aller Menschen. Egal welche ethische Herkunft, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Religion oder welches Geschlecht sie haben. Das gilt jedoch nicht nur für unsere Belegschaft. Auch in der Auswahl unserer Projekte und Kunden achten wir darauf, dass diese keine Menschenrechte verletzen. Zweitens, die Bewahrung der Gesundheit. Ein gesunder Körper und Geist unserer Mitarbeiter liegt auch in unserer Verantwortung als Arbeitgeber. Gesundes Essen und ausreichend Bewegung gehören unbedingt dazu. Ganz anders als Drogen und gesundheitsschädigende Mittel. Daher arbeiten wir auch nicht mit Tabakherstellern zusammen. Drittens, wir arbeiten umweltbewusst, ressourcenschonend und nachhaltig. Denn unser Planet ist die Basis für zukünftige Generationen. Es ist unsere Verantwortung und die unserer Mitarbeiter und Kunden, die Zukunft unserer Erde zu sichern. Viertens, die Ablehnung von Korruption. Auch wenn das Angebot noch so gut ist. Wir bestechen nicht und wir lassen uns auch nicht bestechen. Wir schätzen den fairen Wettbewerb und lehnen jedes unmoralische Verhalten strikt ab. Last but not least, fünftens, die Ablehnung von Kriegswaffen. Wir wenden uns bewusst gegen das gezielte Beenden von Menschenleben. Deshalb können Firmen, die Kriegswaffen herstellen oder Dienstleistungen an selbigen erbringen, keine Produkte der L-Mobile erwerben. Unternehmen, die die Welt gerechter und friedlicher machen, zum Beispiel durch humanitäre Hilfe oder intelligente, nicht-tödliche Schutzvorrichtungen, unterstützen wir sehr gerne. Wenn du mehr über die L-Mobile erfahren möchtest, dann abonnier diesen Kanal und folge uns auf LinkedIn, Xing, Facebook und Instagram. Wenn du mehr über die L-Mobile erfahren möchtest, dann abonnier diesen Kanal und auf LinkedIn. Untertitelung des ZDF, 2020